Das ist gut, das ist sehr gut. Und jetzt ist hoffentlich mal wieder Licht hier. Behalte die Mauer. Oh, Sarah, die Spinnen können überall... Oh Gott, nein, es werden mehr. Ach du Scheiße. Okay. Ich friere die Mistviecher einfach. Ah, ich treffe nie mit den... Kack. Alter, das ist viele. Oh Gott, nein. Das können die nicht ernst meinen. Ich habe Adrenalin fast voll. So ein Rundumschlag wäre jetzt ideal für die Viecher. Darauf muss ich jetzt... Nein, ich bin umzingelt. Oh Gott, nein. Jetzt habe ich euch. Yeah. Und es funktioniert nicht gegen Spinnen. Was sagt man dazu? Ja, ist schon klar. Ist das Vieh gerade hinter mir gelangen jetzt? Der Rundumschlag hilft nicht. Du musst sterben. Oh Gott. Ich brauche einen größeren Raum, Leute. Ja, der ist gut. Oh, fuck. Hätte ich mir mal irgendwelche Feuerzauber angeeignet. Ne, Blitz, Blitz. Das war gut, sagt dieser. Oh, Mann. Die springen aber auch... Ih, verdammt. Oh Gott, ist das widerlich. Ich glaube, wenn ich hiermit fertig bin, habe ich Arachnophobia oder wie der Mist heißt. Na, komm. Mein Schild ist ja echt mein bester Freund. Ah, Mann. Ich treffe wieder... Gar nichts. Jetzt aber. Zack. Wie habe ich den vorhin umgedreht? Mit so einem Stich, oder? Zack. Jawohl. Das hilft. Was ist hier also... Oh, das war knapp. Stechen. Ja, das geht. Von Stich. Ja, ich... Zähre ich die Schwierer ein, ey. Und... Adrenalin, da bist du tot. Nein, oh, ganz ruhig. Kein Bock... auf Vergiftung. Nein, geht weg, ich kann mich nicht bewegen, was ist hier los. Oh, da springen soll direkt wieder, wenn ich mein Schild runterhiebe. Däsch euch am besten noch mal. Das sollte helfen. Immerhin kriege ich nichts mehr ab. Jo, schön gemacht. Ich muss mich immer wieder selbst loben. Zack. Oh, ey. Ganz vorsichtig, ja? Ganz vorsichtig. Mist, jetzt ist du... So, das war's nicht. Nee, sehr gut. Oh, ich glaub's nicht. Es kackt schon wieder ab. Ich darf keine Spinnen töten. Gut, gut, gut. Da bin ich wieder. Ja, ich habe die Spinnen alle off-screen gekillt. Ich hoffe, ich hab alle erwischt. Und dieses Mal ist es logischerweise nicht abgestürzt. Naja. Wie dem auch sei, jetzt guck ich, dass ich hier hochkomme. Also hier komm ich ja nochmal mal hoch. Ohne meinen Superbogen. Ich glaube, wir müssen da hochkomme, um rauszukommen. Boah. Gott, nein. Gut. Dann... Da hin. Oder da? Nee, da. Das ist... bisschen besser, glaub ich. Ja, hier rauf. Denkt dran, dass ihr von einem Seil zum anderen springen könnt. Das werde ich dann wohl hier benötigen. Blöde Nachtsicht, ey. Bleib gefälligst, wo du bist. Okay, mit Anlauf. Jump. Jawohl. Oh Gott, das sieht verdammt weit aus. Jump. Jawohl. Gut, dass das voll drauf hat. Ja, schön. Gut, gut. So. Muss ich da raus? Meine Nachtsicht fadet hier schon wieder, glaub ich. Da geht's weiter. Machen wir das Ganze wieder mal an. Okay, da auf den Ball. Jump. Schön, schön. Da ist schon die nächste Kette. Ohohoho, vorsichtig. Wo komm ich da jetzt ran? Jetzt müssen wir die Nachtsicht ausmachen an der Stille. Äh, oder da? Ja, da, das sieht besser aus. Oder auch nicht. Von wo komm ich überhaupt? Von da. Dann... Was hängt das Seil in der Luft? Und da eins. Und da eins. Und da eins. Das bringt mir ja nichts. Ich mach einfach mal überall Seil daran. So. Nochmal Nachtsicht. Ganz oben will ich, glaub ich hin. Einfach mal springen. Nein, hoch. Oder das Seil. Kann man hier hochklettern? Na, war ja klar. Okay. Da hoch. Wie gesagt, das bringt nichts, ne? Oh, geil. Wie komm ich da höher? Nochmal. Ich hoffe, die Spinnen sind jetzt noch alle tot. Wenn nicht, wäre das unwünstig. Ist das auch eine blöde Stille hier, ne? Macht mir gar keinen Spaß. Runter. Trinken mitnehmen. Nachsicht. Nein, den da oben. Wow, was war das? Jetzt von da nach. Da. Oder muss ich vielleicht hier schon? Nein. Jump. Oh Gott, das ist echt. Oh Gott, wo ist es? Wo ist es? Da, nicht fallen. Und noch entsprungen. Ja. So, mal gucken. Von hier habe ich doch noch eine richtig gute Sicht da drauf. Ich kann da hin. Dann müsste ich zurück. Und dann... dahin? Das ergibt auch keinen Sinn. Das ist auch nichts. Hm. Schwierig, schwierig. Was haben wir denn hier? Aufgabe erfüllt. Ich schaue jetzt weiterzugehen. Aber ich wette, da oben ist noch was. Und wenn es nur Malerträge sind, die brauche ich sowieso. Also gut, nochmal. Ich hänge mich daran. Dann stehe ich da oben. So, was jetzt? Von hier aus. Da hoch. Das muss doch irgendwie... ...machbar sein, oder? Oder auch nicht. Okay. Ah, Mann. Bin ich gerade so doof, das zu erkennen, oder was? Dann hänge ich einen Seil runter. Wie komme ich da ran? Oh Gott, schaffe ich den Sprung? Das sieht nicht so aus.